Hallo meine lieben Minecraft-Freunde und wir kommen hier zur Nusszauber-Verstellung. Sorry, das ist lecker immer. Wir gehen jetzt mal zum Spawn. Ich habe gerade Gamer 3 von denen herunter bekommen. Also, ich habe gerade gehört, habe ich nicht gehört. Und Entschuldigung, dass lange kein Video lang gekommen ist. Ich hatte so keine Zeit, ihr wisst nicht mehr zu nehmen und so weiter. Also hier, Grab, Acker, Holz und der Schub. Und hier, Survival, Holz, Survival und der Schub. Und hier, die Kuh und Kuh, lesen wir mal nicht durch. Server-Team, Mein-Owner, Co-Owner-Boom, Admin-S3-EN8HD und OP-Titan-Wig-ZHD. Die IP tue ich euch in der Beschreibung und hier sind es die Regeln. Sie müssen aber beachten. Nicht grieven. Keine Mords oder Hacks. 3. Nicht die Owner lernen. Nicht nach OP und Game und Eins fragen. Nicht beleidigen. Spaß haben. Wenn ihr einen JT-Kanal mit 100 Abos habt, bekommt ihr YouTube-Rank. Meldet euch einfach bei uns. YouTube. Ich halte mal Spawn. Nehme. Gerade. Auch. So und hier. Habe ich euch auch gezeigt. Und. Deshalb war es geil. Der Owner und der Owner. Würden dich freuen, wenn ihr mal spendet. Neh? Und die IP tue ich heute in der Beschreibung. Und auf ein Abo würde ich mich freuen. Jetzt gehen wir mal zu den Malen. Ich zeige euch das. Warp AFK. Ach, ich habe da gut hier gar nicht. Ich gehe mal zu den Malen. Warp AFK. Hier. Ich gehe nicht überall durch. Ähm. So. Boah, Slack. Ja, mega. Da bin ich. Hallo. Hallo. Das ist der Hutting. Hallo, Hutting. Ah. Betrüger. Jetzt gehen wir mal. Warp Holz. Wisst ihr auch schon. Das Holz ist der Shop. Warp. Höh. Ich muss das in den WLAN machen. Oder was? Ach. Und Leute. Ich mache gleich noch nichts. Ich muss das in den WLAN machen. Na, toll. Von meinen Freunden fiel mal der WLAN weg. Da muss ich halt meinen wieder nehmen. Ich mache kurz einen Cuts. Hey Leute, hier bin ich wieder. Hatte gerade was mit dem WLAN? Mein Problem kurz. Da ist der Ola-Buch. So. Den Shop-Buch möchte ich euch noch zeigen. Und dann. Was eigentlich mit der Servervorstellung? Was? WLAN. Was? Was? WLAN. WLAN. Was wirst du jetzt noch machen? WLAN. WLAN. Das war's mit der Servervorstellung. Da mal. Bis bald. WLAN. 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 Vielen Dank.